So, da hatte ich gerade eine Störung von dem guten Tobi, der hier da in den TS reingekommen ist, weil ich noch im TS war. Ja, ich weiß nicht mal, wo ich stehen geblieben war. Ich glaube, ich war hier mit der Erklärung. Ich habe das Lagerhaus ja hier gebaut, wie ich schon gesagt habe. Als nächstes will ich glaube ich noch eine Kerberei bauen eventuell, weil hier ermöglicht die Herstellung von Erzeugnissen, der Lederverarbeitung und den gewährten Arbeitsaufträgen. Also, da kann ich hier natürlich Lederverarbeitung machen und so. Eventuell, ich weiß nicht, ob ich das mache. Vielleicht haue ich mir noch was anderes rein. Das Wiederverwertungsding werde ich mir auch machen, eventuell, wenn ich es noch machen kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe den Bauplan einfach nicht dafür. Weil ich habe hier später dann drei Plätze, soviel ich weiß. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier noch machen soll. Aber ich habe weder Alchemie noch, bin ich noch Ingenieur, noch habe ich irgendwas mit Juwelen zu tun, noch mit Schneiderei, Schmiedekunst, diesem Schreiberzeug oder Verzauberung. Da habe ich nichts am Hut. Da würde hier nur eine Kerberei noch in den Sinn kommen und das Wiederverwertungsding. Da weiß ich noch nicht, da haue ich mir wahrscheinlich das Sägewerk drauf, weil mir gesagt wurde, ja, wäre gut. Sägewerk bringt ziemlich viele schnell Ressourcen ein und sowas. Oder man kann zusätzliche Ressourcen dann hier bekommen. Und wenn ich die Garnison hier auf Stufe 2 aufwerten will, äh, Stufe 2, sag ich jetzt auf Stufe 3, brauche ich hier 2000 hier von den Ressourcen. Und ich habe nur gerade 239 und es dauert schon lang, hier Ressourcen zu bekommen. Ja, darum lohnt sich das. Ich glaube, das Sägewerk, das baue ich mir jetzt mal schnell hin. Dauert hier jetzt eine Stunde und dann gucke ich mal weiter. Ich werde hier jetzt, ich werde hier gucken, wie das, ich werde hier später noch gucken. Jetzt zeige ich euch hier das noch mit den Missionen. Gar nicht so, und eine Mission von ihr hier, von Kala. Sie kriegt doch mal 150 XP dazu. Ist schon Stufe 91. So, Steinzornrettung. Dienerschwärmer. Was kann sie hier? Geistreinigung. Schwächert, äh, Konzert, Schwächungsmagie. Die Brauliebhaber erhöht die Erfolgsaussichten, wenn das Team ein Pandaren erhält. Enthält. Tut mir leid. Vertrag Ulna Drescher. Wer letztlich schon früh als freiwillig in Drenner, die schaust, ihre Fähigkeiten in gefährlichen Umgebungen zu beweisen. Denk mal, ich mache hier Angriff auf Donnerfürsten. Dann kommt sie hier rein, er kommt rein und Olin kommt rein. Oder wenn ich hier sie rauszue und hier weiß... Ach, okay. Äh, Mächt... Ah, ja, genau. Er hier kann mächtigen Zauber kontern. Sie raus. Dann kommt hier die Großmutter rein. So viel ich weiß, kann sie ja heilen. Und das ist eigentlich ganz nützlich. Mache ich mal Mission starten. Ja, dann würde ich sagen, so war es schon wieder. So viel. Ich wollte euch jetzt hier noch das zeigen mit der Schlacht und mir mal ein bisschen meine Garnison. Wenn die auf Stufe 3 ist und so und ich etwas weiter bin wieder. So geschichtlich. Dann werde ich euch mehr zeigen. Hier wird noch gebaut. Das kann man alles schön sehen. Ja, dann würde ich hier sagen, neben der Grunzerin des Frostwires. So heißt hier natürlich. Und ich bin hier im Fort von Schlüsselbad. Meine Wenigkeit. Hier oben sieht es noch mal ganz groß. Dann würde ich mal sagen, bewertet den Part, je nachdem wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros. Praise the Sun. Yo. Yo. Und. Hallo. Und. Herzlich Willkommen zurück zu Warlords of Draenor mit mir, eurem Garosch-Hellschrei. Okay. Nein, Spaß. Mit mir, eure Mistaschger 70. Mit der etwas mehr garoschigen Stimme. Ich habe hier gerade noch Tumut gerade gemacht, bei Wrath of the Lich King. Oh, nein, Lich 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 King. Okay, das war gerade richtig scheiße. Ihr habt gesehen, ich habe seitdem, als ich aus dem Frostfeuer gerade rausgegangen bin, nichts mehr aufgenommen. Es gab so vieles, denn ich bin jetzt, ähm, nein. Hier aufgabenmäßig, in Nagrand, hab hier das fertig alles, bis aufs Chat im Moment, aber da kann ich jetzt nichts mehr machen. Da kann ich so viel, ich weiß nichts machen, außer hier das Erkunden, was ich aber jetzt nicht brauche. Aber, wir schauen jetzt mal in meine Garnison, ich habe hier lauter Garnisonberichte. Da kann ich auch zeigen, was ich noch für scheiße, noch, äh, für tolle Sachen gebaut habe. Und so, ja, es gibt alles. Jetzt muss ich was trinken, weil mein Hals sich so, äh, rau an... ne. Mein Hals ist so geschunden, weil ich gerade so sprechen musste. Ich muss den nicht... ne, ich muss den eigentlich nicht so sprechen. Ich hab's nur getan. Ja, die Leute sind wieder sehr aktiv gleich im Chat. Oh ja, das lädt hier immer. Bisschen, vor allem mit der Aufnahme. Ich hab hier 20 FPS. Ich glaub, das könnte ich jetzt noch mal ein bisschen lauter machen. Mh, stellen wir auf 75. So. So. Neue Missionen abgeschlossen. Ich hab da einiges an, neuen Leuten dazu bekommen. Beispiel hier, Benjamin Gibb. Den hab ich aus dem Grab rausgezogen, den umgezogen. Die muss ich hier ein bisschen nachleveln, weil die war auf, auf so einer 10 Stunden Mission. Und währenddessen sind ungefähr, glaub ich mal, die ganzen anderen hier ungefähr drei Level-Ups gegangen und sowas. Wer sich beispielsweise fragt, wie man hier Arm kriegt, da gibt's jetzt so eine... Es gibt eine Mission, ja. Da muss man dem hier so Dings bringen. Ähm. Hier so ein Anhänger. Darauf stirbt er dann nochmal. Und später... ...ist er als Geist vor der Garnison und möchte einem helfen. Oh, verfehlt. Was hat denn eine Chance von 51? Da kann ich nicht viel erwarten. Auf viele Missionen. Auf viele Missionen. Cool. Das freut doch. Oh. Oh, das wär so richtig gut gewesen, wenn jetzt beiden hier sehr viel abgegangen wären. Aber naja. Also der Schattenjäger Rala, das ist irgendwo einer meiner Favoriten, genauso wie Morket. Ich mag die beiden eigentlich. Die passen, die passen auch richtig zusammen. Ich kann euch ja mal zeigen, wer so alles so zusammenpasst. Und zwar, beispielsweise, ich tue eigentlich am liebsten immer so als Mix hier Schattenjäger Rala entweder mit Morket oder mit Mulverick. Also er und Mulverick. Ich denke mal, die sind so... Würde ich so sagen, die würden sich kennen. Da würde ich wahrscheinlich wirklich so sagen, die wären die Big Bros. Von den Big Bros hier eigentlich, weil... Die sind immer auf einer Mission. Er kriegt hier immer einen Bonus, weil hier Kind Raynorth wird die Erfolgsaussichten, wenn das Team einen Ork enthält. Weil er ist ja ein Ork. Und er ist ein Troll. So, meine Stammesrasse. Zumindest jetzt hier in WoW. In echt, da bin ich natürlich ein Mensch. Wobei, würde ich jemals in WoW sein, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein Troll der Schnitzel-Bartei. Das sag ich euch. Hm. Ne. Hm. Wie viel würde das... Ah, ne. Das kann nur einen geben. Uh. Hier. Ich weiß gar nicht mehr, was bringt dieses EP. Verleiht dem Charakter eine große Menge EP. Wow. Es ist keine Anzahl an EP dran. Es steht einfach nur EP dran. Hm. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich muss es mal nachgoogeln. Äh, der koreanische Kriegsmeister. Hä, ich hatte da doch noch was anderes, oder? Habe ich da die anderen hingeschickt. Ah, oh, Stahlhauer, ah ja, die Stahlhauer lebt, okay. Das dachte ich schon. Alles, was glänzt. Oh, da könnte ich... Was hat er? Ach, Gefahrenzone, okay. Ah, cool. Also wenn er auf 100 ist, dann... ...ist schon mal nice. Boah, ich hasse es, wenn die ein Level drunter sind und ich die da nicht hinschicken kann. Na gut, ich kann... Ihr fragt mich jetzt wahrscheinlich, wieso kannst du die nicht hinschicken? Ähm, und so. Aber... Der, äh... Nun, es ist so... ...wenn ich die da... ...an sich... Boah, alter. Geil. So viele Bonis. Vom Tod fasziniert. Weil, ich könnte hier eigentlich schon... Ich könnte hier eigentlich da schon hinschicken, aber die kriegen nur halbe XP. Darum hier war ich jetzt für 98. Und wenn ich hier die ganzen Herausforderungen erfülle, kriege ich hier immer mehr XP. Was ich richtig geil finde. Oh, das ist 10 Stunden Mission. Hm. Okay. Ich glaube, die schicke ich... Ja, die schicke ich jetzt da hin. Jo, und starten. Das ist wohl der vielen. Ähm. Kommt nach der hin. So, da bin ich jetzt wieder. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass es gerade die Verbindung verloren hat. Ich... Ah, okay. Muss ich jetzt wieder da hinschicken. Gierige Ogre. Hm, hm. Dö, 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 dö. Was ist gerade das heute? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da ist so Beat-Infrag, also eingefallen. Schicken wir mal... Sieh auf die Mission. Zu 51 Prozent, aber... Das ist diese Fifty-Fifty-Chance. Da habe ich ja jetzt wenigstens die ganze Mission im Gange. Dauert ungefähr... Äh... So ungefähr zwei Stunden, das wäre dann um... Wir haben halb elf, wird es dann... Der Großteil auf jeden Fall fertig. Äh, was habe ich denn hier für eine Quest? Ach, und der da. Die will hier... ... meiner Garnison beitreten, ist aber auf Level 91. Und... Ich weiß nicht, ob ich jemand auf Level 91 noch... ...in meiner Garnison irgendwie... ...haben möchte ich. Zudem, ich habe nur noch ungefähr vier Plätze... ...für Anhänger eigentlich frei. Aber ich habe aber gesehen, man kann... ...mehr... ...auf jeden Fall mehr haben. Zwar, man kann... Weil es gibt einen Erfolg von 25 Anhänger... ...die man rekrutiert hat. Aber ich glaube, man kann nur 20 davon nutzen. Insgesamt. Vielleicht kann man die auch abwechseln. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Ich tue hier mal die ganze Bestellung. Ich habe hier das Sägewerk. Das habe ich glaube ich schon mal gezeigt. Oder... Ich weiß es nicht. Hier ist auch der... Alex, die... Was ist... ...war oft zuständig... ...der ist ihr eigen... Den habe ich eigentlich... ...kriegt man eigentlich nur, wenn man das Sägewerk hat. Und das werde ich dann auch... ...wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Dass der... ...also... ...die Sohn ändern, dass ich das... ...dann irgendwie abreißen sollte oder so. Für den Schwarz-Werth-Erz... Ich habe die hier auch auf Stufe 2 aufgewertig. Wesentlich größer, aber ich gehe da jetzt nicht rein. Und was ich auch noch... ...was ich euch noch zeigen kann. Was ich endlich bekommen habe. Da habe ich mit meinem Paladin gespielt. Den ich mir auf 90 hochgeboostet habe. Und zwar, ich habe mir den Rabenfürst gekriegt. Seht ihr, Kallen? Heroisch. Ich habe jetzt ungefähr... ...keine Ahnung. Seitdem ich 90 bin... ...seit ungefähr einen Monat gedauert, seitdem ich gespielt habe. Und ich spiele es schon ein paar... ...ungefähr... ...das ist, glaube ich, mal jetzt der... ...dritte oder... ...vierte Monat, den ich jetzt spiele. Ne, das ist der vierte Monat. Ich habe meinen Account aufgeladen, weil ich hatte ja zuerst einen Monat gratis. Deshalb habe ich da ungefähr gespielt. Dann habe ich zwei Monate gespielt. Und jetzt spiele ich ungefähr den vierten Monat. Lol. Möchtet ihr was kaufen? Cool. Die kenne ich ja noch gar nicht. Ich bin nicht so oft in der Garnison. Alles Klärchen. Wenn, dann nur, um hier meine Sachen zu gucken. Aber ich muss sagen, den Rabenfürst, den mag ich. Darum wollte ich ihn auch unbedingt haben. Den kriegt man, wenn man hier Anzu in... Okay. Hier in... Ich bin nicht nahe geraten. In den Raidern von Terokar macht. Hier bei... Auch in Dune. Was es hier auch in Draenor gibt. Bei Talador. Hier auch in Dune. Da steht es noch, da ist Shadrath. Und da Shadrath ist auch nicht so eine Ruine. Und da gibt es die Seteckhallen und da ist Anzug drinnen. Nicht mehr so als großer Schreckensrabe. Nein, er ist da nur noch so eines. Der ist gegrüßt. So kleiner Rabenfürst drinnen. So als Big Boss Rabenfürst. Weil jetzt ja hier so der oberste Bro von denen und so. Die meisten Leute sagen wahrscheinlich, das ist gar nichts, was ich hier gerade erlabere. Hier so mit Big Bro und so. Vielleicht ist es auch schon wieder aus dem Trend raus. So zu reden. Aber Ich mag es irgendwie so zu reden. Bleib ich dabei. Aber ich muss sagen, ich mag hier meinen Bandskopion auch richtig. Das sind immer so die ganzen Sachen. Flüchtling Lohnasch. Okay. Dann gehen wir mal nach Nagrand. Mögen sie vorfahren. Worba in Nagrand. Oh ja, was ich wahrscheinlich nicht sagen werde, aber was ihr wahrscheinlich auch noch sehen werdet. Oh ja, und doch zudem. Ich kann heute nichts hochladen, weil ich die ganzen, ungefähr den ganzen Tag verpennt habe. Also macht er nichts. Da kommt halt morgen eine Folge Warlords of Strain. Und am Samstag auch. Noch zwei Folgen Warlords of Strain. Freut euch schon mal darauf. Weil ich will ja ungefähr diesen Upload-Rhythmus hier ein bisschen beibehalten. Und also... Oh ja, was ich auch noch sagen möchte, was ich ganz vergessen habe zu sagen, in meiner Garnison. Und ich habe hier die Wiederverwertung gebaut. Da ist mein Lager aus Stufe 2. Die habe ich gebaut. Kriege ich immer solche kleinen Ranzen oder solche Beutel mit solchen Waren. Habt ihr wahrscheinlich gerade gesehen, wo ich so eine Kugel rausgekriegt habe, die sechs Gold wert ist. Und ja. Finde ich recht gut. Ich habe ja auch die Angehörte und so. Den Kräutergarten, den habe ich auf Level 2. Und so das Ganze. Tut mir leid, dass ich das euch jetzt nicht so gezeigt habe, aber... Und wer seid ihr? Ich bin ein Chef. Wir laufen ja alle mit diesen Kernhunden rum. Ich will den auch haben. Okay, ich habe hier meine Quest. Hier ist Thrall. Hier ist Agra. Ach ja, ich würde mal sagen, so die Frau von Thrall. Und Draka, die ist ja auch. Das ist so die Mutter von Thrall. Bloß weiß natürlich Draka nicht, dass sie seine Mutter ist, weil... In dieser Welt gibt es ja keinen Thrall. Zumindest keinen Thrall, der existiert wird. Neben dem normalen Thrall aus dem unseren Arzor, das wir so kennen. Der hier auch die Erscheinung von Ragnaros hatte. Ja. Und der etwas hat, was mich sehr fasziniert hat. Und zwar, er hat Beine. Und zwar, wenn man den auch heroisch macht. Dann ungefähr, da hat er so eine zweite Phase. Und dann kriegt er so... Dann wird er so wütend, wenn man die normalen Hunde gehauen hat. Dann kriegt er so Beine. Das hat... Das hat mich und André ziemlich geschockt irgendwo. Als wir hier das auf HC gemacht haben. Und dann... Also den HC. Damals auch auf 90. Die Stelle werde ich vielleicht rausschneiden. Ich weiß es noch nicht. Damit ihr wisst... Damit ihr wisst... Wenn ich draus scheide, dann... Werdet ihr wahrscheinlich nicht wissen, von welcher Stelle ich rede. Egal. Machen wir darüber immer... Viel zu viele Gedanken. Ja, auf jeden Fall, wenn man den auf HC macht. Dann... Egal ob 25 oder 10er HC. Dann... Ähm... Gibt es hier so eine zweite Phase. Da rastetragen darauf schon richtig aus. Und steigt aus einem Becken raus. Wo er dann eigentlich... Man muss ihn wirklich, bevor er aus dem Becken raussteigt, töten. Weil sonst... Geht da ein Instant. Und dann kann man wieder den ganzen Scheiß von vorne anfangen. Wieso fahre auf? Passt nicht weiter. Ich bin... Hey, hör auf ihn weg. Alter. Spielt hier Ball mit meinem... Äh, hier mit... Nicht mit meinem Kader, sondern mit meinem Tiger. Ich bin jetzt ein Goldjunge. Mit Goldschirmen. Na, na, na. Du hast Sorge. Wenn ihr euch fragt, was ihr gerade hier... so gesagt habt, oder hier so... Gesung, gerappt, was auch immer. Keine Ahnung. Hier, das war so Goldjunge von Zidou. Von Zidou, äh. Also hier so von Zidou. Das habe ich momentan in irgendeinem Schlagzimmer so. Musiktechnisch eigentlich etwas. Aber bloß ungefähr... Ich habe aber eigentlich nur ungefähr sechs Lieder von ihm. Weißt du, die sind die ich am meisten mag. Die anderen, die es da so gibt, davon bin ich jetzt nicht so... Hallo, der Fan. Denn es kann einem ja nicht alles gefallen. Außer man hört Santiano, wie ich. Ähm, dann gefallen da einem so gut wie fast alle Lieder. Musik. Und ja, ich höre Santiano. Wenn ihr ein Problem damit habt, dann... Habt ihr verkackt. Musik. 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 Die Ollenthal. Musik. 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 Jetzt kommen wir jetzt größere Arbeit auf... 700... Das ist wahrscheinlich wieder ein Erfolg. Das heißt wahrscheinlich hier den Draenormeister oder so. Das heißt es ist irgendwas. Das ist nicht bereit. Das ist nichts, das ist nichts. Ein Widerspruch. Das ist nichts. wie ich das gerade gemacht hab wieso geht das mein Handy wieder an? Gott Nein, ich muss es schnell mal aufs App schreiben mal gucken was in der Gruppe geschrieben wurde denn wir haben da so eine Diskussion mit ob man eine so war hier da hat jemand so Pokémon reingepost hab ich geschrieben so wie Pokémon ich mag kein Pokémon ich hab das auch früher nie gespielt und dann hier so man kann keine gute Kindheit gehabt haben wenn man kein Pokémon gespielt hat wow ich hab kein Pokémon gespielt ich find Pokémon eigentlich scheiße aber naja kann auch eine gute Kindheit gehabt haben ohne Pokémon gespielt haben ja 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 Vielen Dank.